Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin hat einen geilen Monthly-Close hingelegt. Wir haben einen neuen Monat, wir haben einen guten Monthly-Close gekriegt, wir haben natürlich auch einen guten Daily-Close gekriegt. Wir befinden uns weiterhin in der Range und heute steht einiges an. Nicht nur, dass, wie gesagt, ein neuer Monat ist, wir haben heute Abend auch den FED-Zinsentscheid, der wird ganz, ganz interessant werden. Deswegen heute Abend vielleicht ein bisschen später Livestream. Ich denke, wir werden so um 19.15 Uhr starten. Also wenn ihr Bock darauf habt, dass wir uns das reinziehen, natürlich auch mit Bitcoin, mit den ganzen Altcoin-Analysen, wenn ihr darauf Lust habt. Heute Abend, 19.15 Uhr, gerne dabei sein. Würde ich mich auf jeden Fall riesig darüber freuen, wenn einige von euch dabei sind. Und jetzt werden wir auf jeden Fall einen Blick auf Bitcoin werfen, wir werden einen Blick auf Ethereum werfen und auch mal ein bisschen auf Gold und auf die Stockmärkte. Da gibt es doch einiges zu berichten. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich lade jetzt auch momentan wieder mehrere Altcoin-Videos hoch. Also Filecoin und Algorand waren jetzt zuletzt dran. Vielleicht, wenn wir es morgen nochmal schaffen, kommt nochmal ein Altcoin, weil die sehr, sehr gut ankommen. Und wenn ihr natürlich Wünsche habt, schreibt sie natürlich gerne in die Telegram-Gruppe rein. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Bitcoin momentan bei 34.469 US-Dollar. Und wenn wir jetzt mal auf den Monthly-Chart schauen, ganz kurz, sehen wir, wir hatten einen sehr, sehr geilen Monthly-Close. Nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, okay, Weekly-Close wäre schon mal sehr, sehr fein, wenn wir eben über der Marke hier von 31.800 US-Dollar schließen, gab es jetzt den Monthly-Close bei 34.600 US-Dollar. Und das ist sehr, sehr geil, weil, wie gesagt, wir haben dadurch ein höheres Hoch. Wir hatten nicht nur eben dieses Fake-Out, was die Liquidität darüber abgegrast hat, sondern wir haben wirklich ein impulsives Break-Out gesehen mit, ich sage jetzt mal, einigermaßen ansteigenden Handelsvolumen. Sehr, sehr geil. Wir haben natürlich immer noch unser Rising Red Chart-Pattern, was immer noch so ein bisschen das Bearish im Hintergrund behält, sollten wir auch weiterhin, meiner Meinung nach, noch ein bisschen im Blick behalten, also jetzt noch nicht zu euphorisch werden, aber wir haben einen sehr, sehr wichtigen Step gemacht in Richtung 37 bis ungefähr 40.000 US-Dollar. In den kleineren Timeframes hat sich, wie gesagt, momentan noch sehr, sehr wenig getan. Wir befinden uns weiterhin in unserer Seitwärtsphase-Akkumulations-Range. Natürlich, ihr wisst, ich bin kein Fan davon, aber die Chance, dass wir hier so ein Bart-Simpson-Pattern sehen, dass wir hier diese Akkumulation haben und dann im Endeffekt hier wieder nach unten dampen, die Chance bestünde natürlich weiterhin. Und nur weil wir diesen Monthly-Close-Hits hatten, heißt es nicht, dass wir noch mal nicht mehr tiefere Kurse sehen. Es ist ganz normal weiterhin möglich, natürlich nur die Chance wächst, dass wir eben diesen Preisbereich von 31.800 beziehungsweise 30.000 US-Dollar dann als Support bestätigen. Kurzfristig hat sich an der Analyse nichts getan. Ich bleibe weiterhin dabei, vor allem die Zone hier unten ist interessant, um 33.200 US-Dollar für eine mögliche Long-Position. An dem Setup hat sich nichts geändert. Das heißt, das ist weiterhin jetzt erst einmal grundsätzlich der Plan. Lange Akkumulationsphasen sind nicht unbedingt immer bullisch. Natürlich, wir konsolidieren auf sehr, sehr hohem Niveau. Heißt aber nicht unbedingt, dass wir nicht noch mal tiefere Kurse sehen könnten. In den ganz, ganz kleinen Time-Frames, also jetzt mal ein Stunden, auch kaum Veränderung. Volumen ist rückgängig. Wir haben heute Feiertag. Ich weiß nicht, ob in den USA auch Feiertag ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in Deutschland. Heißt, es geht ein bisschen ruhiger daher. Wir haben DXY, wo auch sich kaum bewegt. Wir haben im Wochenausblick darüber gesprochen. Sehr, sehr, ja, diesen Widerstand hier oben mit dem Golden Pocket. Das wird weiterhin als Widerstand hier anerkannt. Es wird heute Abend dann eben um 20 Uhr, wird eben dann der Zinsentscheid der FED bekannt gegeben. Die Zinsen sollen gleich bleiben. Pressekonferenz der FED. Schauen wir mal, ob wir uns das danach noch geben, weil im Endeffekt wird eh immer das Gleiche gesagt. Wir können noch mal ganz kurz gucken, was die Prognose ist. Für heute, was die meisten Marktteilnehmer angeht. Und da steht auch 97% gehen davon aus, dass es einfach so bleibt. Also dass die Zinsen im Endeffekt gleich bleiben. Trotzdem könnte das heute Abend für ein bisschen Volatilität sorgen. Warten wir erstmal ab. Wie gesagt, 19.15 Uhr werden wir dann auf jeden Fall live sein. Ethereum, gleiches Spiel. Auch hier bisher noch nicht unsere Position abgeholt worden. Ich würde auch, sollten wir jetzt vor dem FED oder genau bei der FED, würde ich diese Position nicht reingehen. Das heißt, wenn die Daten rauskommen, möglicherweise Pressekonferenz ist, würde ich nicht in diese Position reingehen. Sollten wir jetzt vorher schon diesen Dump sehen. Kann ich mir das gut vorstellen, dass es im Endeffekt so ein Selden-News-Ding wird. Das heißt, wir werden zuerst einen Abverkauf sehen und dann weiterhin nach oben hin pumpen. Aber so kurz vorher, ich sage jetzt mal so ab 19 Uhr und dann auch zum Zinsentscheid, würde ich nicht in irgendwelche Positionen reinjumpen. Das Risiko dann, dass doch irgendwas kommt, was wir nicht mit rechnen, ist dann einfach zu groß. Das heißt, bis heute Abend 19 Uhr, wäre ganz cool, wenn wir da hinkommen. Ansonsten ist die Position dann erst einmal bis morgen, bis zum nächsten Update vom Tisch. So, wie sieht generell der Altcoin-Markt aus? Relativ bullish, also wir haben XRP, was ein bisschen zugelegt hat. Generell der Altcoin-Markt, Link weiterhin bei 11 Dollar. Zwar heute ein bisschen rot, aber dafür die letzten Tage enorm nach oben hingepumpt. Kurzes Update, auf jeden Fall mal zu Gold. Unser Trade läuft perfekt nach unten. Ich würde jetzt auf jeden Fall Take Profit 1 nehmen, würde ich euch nur empfehlen, so am Rande. Die Long-Position ändert sich momentan nichts. Wir haben ein schönes Doppeltoppets hier erstmal gebildet. Das Tief hier auf 1-Stunden-Basis wurde jetzt noch nicht unterschritten. Das heißt, es ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe, ob wir weiter abverkauft werden oder nicht. Schauen wir uns das Ganze im 4-Stunden-Charten mal an. Hier sieht das Ganze auch noch nicht besser aus. Das heißt, wir haben technisch gesehen noch kein tieferes Tief. Also vorsichtig sein, jetzt hier noch hinterher zu jumpen. Der Trade aus dem Wochenausblick ist perfekt aufgegangen. Also der läuft erstmal. Ansonsten DAX, heute Feiertag, kaum Bewegung. Die Stockmärkte in den USA relativ bullisch, muss man dazu sagen. Also schöne Erholungen gesehen. Aber ich warte auch hier ehrlich gesagt noch auf dieses tiefere Tief. Ihr könnt euch daran erinnern, wer es angeguckt hat. Ich warte darauf, dass vielleicht sogar noch heute im Endeffekt dieser Abverkauf nochmal kommt. Und wir dann erst hier beim NDX und vor allem auch beim S&P 500 dann erst in unsere Long-Position gehen. Ansonsten hätte er perfekt gezogen, der Trade. Das war die Trade-Analyse, wo wir besprochen haben. Alles schön und gut, aber mir war das jetzt momentan noch ein bisschen zu riskant. Mir wäre es lieber, wenn wir das jetzt mal rüber machen, dass wir wirklich heute nochmal diesen Abverkauf sehen. Möglicherweise mit tieferen Tief und dann eben diesen Weg sehen mit dieser Erholung. Ansonsten, wie gesagt, tut sich relativ wenig. Es ist sehr, sehr ruhig. Warten wir mal ab, was heute Abend dann kommt. News-Lage sollte, wie gesagt, erst dann heute Abend um 20 Uhr irgendwas kommen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr wenig Daten heute aus den USA. Morgen dann wichtiger Tag auf jeden Fall mit den Erstanträgen, den Folgeanträgen. Was haben wir noch morgen? Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Und dann am Freitag knallt es da nochmal richtig rein. Einkaufsmanager-Index. Durchschnittliche Stundenlöhne kommen da noch rein. Also da kommt noch sehr, sehr viel diese Woche. Vorsichtig sein, weiterhin agieren, trotz dieses bullischen Monthly Close. Und dann warten wir jetzt erst einmal ab. Also, heute Abend, 19.15 Uhr, live auf YouTube. Wenn ihr Bock habt, dass wir ein paar Altcoins analysieren. Und natürlich auch uns den Zinsentscheidern angucken, was rauskommt, was währenddessen passiert. Kommt da gerne dazu. Den Link werde ich euch dann in die Telegram-Gruppe joinen. Und ansonsten bleibt von mir nichts mehr zu sagen, außer ich wünsche euch einen schönen, entspannten Tag. Kommt gut in den Tag rein. Und wir hören uns dann heute Abend wieder. Freue ich mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Steck. Bis dahin. Bis dahin.